Ja, wir sind hier in Rief & Beef Düsseldorf und so wie man sieht, ist es ein Silvesterabend und Silvesterparty bei uns. Mit reichlichen Gästen und gut gelaunte Gästen. Und ja, es geht gleich los. Rief & Beef, sehr gut. Top Qualität, Top Service. Können wir nur weiterempfehlen. Happy New Year 2018. Super Essen, super Stimmung. Besser können wir nicht in das neue Jahr reinrutschen, oder? Ja. Wir wünschen Mansour und den anderen alles Liebe für die Zukunft und dass wir jetzt gleich noch Spaß haben. Qualität, Service, Chef. Alles prima. Wir wünschen dem Mansour weiterhin so viel Erfolg, wie er jetzt hat. Das Essen ist wirklich super. Mansour ist selber super und ihr seid auch super. Rief & Beef, geiles Essen, geile Location, geile Leute. Kommt nach hier und feiert! Merit, Eis, Eis, Eis! Das war's. Der Schein macht Spaß und ich glaube die Hälfte ist gerade gebrannt und wir haben noch ein bisschen Zeit. Hallo, ich bin der Lorenz und ich wünsche dir ein Miek und Biet für das neue DART 2018. Alles, alles Gute. Die Läden sind einfach super, nicht nur das Reef & Beef, alle Läden von dem Mansur und wir fühlen uns sehr wohl. Es ist wie unser zweites Wohnzimmer. Wir sind mindestens zweimal die Woche da, es schmeckt lecker, wir fühlen uns wohl, die Leute sind super nett und mehr kann man eigentlich nicht sagen. Kommt hierher, esst, trinkt, feiert das Leben, genießt eure Zeit und habt einfach Spaß.